Ich dachte schon mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Wo ist meine verdammte Peperoni-Pizza? Mein Magen isst sich schon selbst. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Du musst ein paar Leute in der Stadt kennenlernen. Sie nennen sich Risky Devil. Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, schnüren und so. Hauptsache sie kurven um den Block. Siehst du das? Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Oh Rob! So kurz mal hier ausrelfen? Das ist zu viel für mich. Oh, sollen wir Händchen halten? Dieser Kerl. Also ich bleibe hier. Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab auf den Drift Train. Bis dann. Bis dann.